Ach jetzt, ich hab den Teleporter hier. So, gut. Ihr werdet gleich sehen, warum das hier so ist. Alter, ihr legt so übertrieben vor mir hin, ne? Ich hab mal alle den Aufzug rollen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Doors zusammen mit dem Anazorex. Hi. Und der Christina. Hallo. Kann fliegen. Ja. Und die beiden würden gerne mal sehen, was wir hier im Livestream gebaut haben. Wie krass wir übertrieben haben. Und deshalb gehen wir einfach mal in den Keller. Alter, hier legt's aber richtig. Ja, ich wollt grad sagen. Bei mir nicht. 20 FPS hier. Bei mir nicht. Digga, was ist da los? Was habt ihr denn bitte so verfrisst? Äh. Du, ihr lädt gerade der Junk von uns am Haus nicht. Ernsthaft? Ja. Ich hab zum Glück immer noch 60 FPS. Ja, ihr habt, ihr habt alles untergestellt. Ich hab alles untergestellt. Sogar mit Optifine. Alles untergestellt. Ja, ich auch. Äh. Wie lädt man denn nochmal die Tanks neu? Da gab's da irgendwie... F3A. F3A. Ja. Ah. Danke. Viel besser. Digga, wer ist bei dir weg? Ach, jetzt. Ich hab den Teleporter hier. So. Gut. Ähm. Und ihr werdet gleich sehen, warum das hier so ist. Alter. Ihr leckt so übertrieben vor mir hin, ne? Alter. Ich hab mal alle den Aufzug wollen. Ich hab gedacht, bei mir leckt's heftig. Also der Aufzug leckt jetzt ein bisschen. Einfach warten, bis die Tür aufgeht und nicht bewegen. Okay. Ha. Ha. Ja, plötzlich überhaupt. Der hängt einfach in der Luft. Ja, ich weiß. Deshalb. Einfach warten. Das liegt aber hauptsächlich sogar am Server. Dass der so leckt leider. Ihr könnt euch bewegen. Dann kommt... Dann wird sie aus diesem... Raus gebracht. Aus diesem... Zwang. Hier runter zu schweben. Ah. Also hier ist nichts besonderes. Komm mal hier runter. Doch, hier ist was besonderes. Hier... Werden unsere Essenzen gefarmt links und rechts. Ja. Und hier hinten, das haben wir im Stream gebaut. Hier... Werden unsere Diamanten und alles andere geformt. Alles klar. Alter. Voll das Labor. Oh. Ihr habt das ganz genau das gleiche gemacht, nur nicht so groß. Boah, was passiert. Seht ihr diesen Item-Strom hier? Das läuft einfach immer so weiter. Das ist einfach unendlich. Wir haben seit gestern Abend... Moment. Alter. 30.000 Meter Quarz-Essenzenzen, 23.000 Eisen-Essenzen, 13.000 Fibram & Alloy-Essenzen, Mana-Steel, Emeralds, Terra-Steel, Diamanten. Richtig illegale Farm hier, ey. Du illegale Farm, Alter. Wir bauen hier unsere Sachen und den Stoff an. Der Stoffanbauer. Jetzt hab ich nen Titel. Glaub mir an. Bleib jetzt hier stehen und sammle alles auf. Ich bleib hier jetzt bei diesem Sturm stehen. Sammler oder so auf, oder? Also ich würd mal behaupten... Bleib hier hinten stehen. Hier kommt alles. Hier kommt alles. Nehmt es euch da raus. Ne, ich bleib hier jetzt stehen. Okay. Irgendwann wird man mit ner Tasten voll, dann tust du ja zurück. Ja, aus der letzten Reihe kommen die Diamanten. Stell dich hier hin. Genau. Ja, aber ich leg alles. Leg auch Diamanten. In der zweiten Reihe kommen auch Diamanten. Ich leg bei jeder Reihe. Diese Reihe sind Emeralds. Also wenn ich was brauche, stell ich mich einfach ne Stunde aufs Band und hab alles, ne? Ja, oder du gehst da einfach an unser Meter. Digga, es legt bei euch richtig hart, Leute. Die Diapflanzen? Entschuldige mich, dass es legt. Ja, mir tut's auch leid. Das ist unser Haus. Die Diapflanzen, die kann man züchten, aber du hast ja eh ein paar Seeds eingesammelt. Die kannst du einfach anbauen. Ah, okay. Ich hab mehr... Ich hab... Du... Ihr habt mehr Discracks als ich. Ah, wir haben mehr? Ja. Also diese... Man darf ja mehr Spächer, weil... Bei mir sind... Die sind gar nicht so teuer, ne? Diese Garden-Platt... Eisislatten brauchen wir, ne? Die sind super billig. Deswegen... Oh, ich glaub ich hab da auch was vor. Äh... Ich hab... Weil... Momentan baue ich ja nur die Krabby auf dem Dias, aber... Hier immer wieder... Die darf ja nie richtig. Ich hab euch verloren. Und immer noch hier... Oh, Alter, was jetzt hier ankommt, das gönne ich mir noch. Ja, mir hat ein Zuschauer geschrieben. Ich muss leider noch mal klauen. Mir hat im Stream Zuschauer geschrieben, das macht's wohl auch irgendwie ganz... Wie viele gebaut hat, und dann ist das Server abgestürzt. Aber bisher ist noch nichts abgestürzt. Ja... Ja... Oh, das ist schön, weil die leckst mich so. Habt ihr schon mein Haus gesehen? Nein. Ich hab's komplett eingerichtet. Ich will's nicht eingerichtet. Ich weiß nicht. Dann... Hast du's nicht sogar schon gesehen? Was? Ich? 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 Ich hab's... Es kommt drauf an. Also, das obere Stockwerk hab ich schon gesehen. Hab mir gedacht... Ach, du Scheiße. Deshalb leckt es bei mir so. Ja, nicht. Warte. Du hast halt alles eine Deko-Kraft voll, ne? Ja, aber... Es leckt kein bisschen bei mir. Ja, bei dir. Ja, bei dir. Ja, bei dir. Genau, wie war... Krieg ich schon hier mein Haus angepeilt? Ja, da. Richtung. Ja. Hm? Wo denn, Alter? Ja. 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 Aber ich seh's nicht. Ich auch nicht. Ich seh nur einen Katzenkorb. Aha. Eine andere Richtung. Ein bisschen weiter rechts rüber. Hä? Hä? Ich seh... Richtung Westen. Da hin, schau ich hier. Ja. Ich seh den Travel Anker nicht. Ich geh erstmal zum Katzenkorb. Vielleicht seh ich's von da aus. Ach. Also vom Katzenkorb siehst du's auf jeden Fall. Verwichtig. Hm. Was ist das für ein Luxus? Hilfe! 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 Einfach eine offene Feuerstelle mit einem Holzhaus. Das ist sicher sehr gut. Gut, ne? Ja! Hast du Feuerzeug da? Nein. Vielleicht sollten wir mal probieren, das anzuzünden, seltsame von Stimo. Nein! Oh, was ist das denn hier? Ich zum Bonbons. Ich will dir jetzt... Isu, kann ich die nicht essen? Ja, ich will dir auch essen. Bist du wie? Isu, kannst du sitzen, ich nicht. Du kannst auch sitzen. Du musst mal rechtsklick auf das Sofa machen. Kann ich nicht. Hä? Jetzt iss ich. Ah! Hast du keine Rechte, Christina? Die hab ich ja nicht. Oh, warte. ich hatte aber jetzt wird jetzt 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 mache ich ihn in dem in den fernsehen welches reinschauen werde ein film von mir so dass das mache ich richtig coole sachen auch da hier star wars zurück in die zukunft hey ich kann nicht fliegen vor christmas tron ghostbusters in der filmauswahl gefällt mir und ja das wäre auch cool wenn man hier jetzt in minecraft das schaut aber nicht so aus wieder hey das ist komisch falsch falsch ach so ja das werde ich jetzt aber beheben mit jukeboxen nein die geht nicht ach schade das einzige was musik macht ist hier die spieluhr tatsächlich wenn man draufklickt hier unten so jetzt ist wieder richtig ach cool ich kann nicht so aufs schlagzeug setzen aber juhu aus geht nicht mehr doch muss alles anklicken das aufhören bitte hey das pc meins ich habe heute viel zu zu arbeiten zu bearbeiten wenn ich weil ich will überall wo im bildschirm ist will ich irgendwas sein hat reintritt hier nicht so schwer ich muss ja nur dann zoomen und dann das video rein machen das war's ach du hier oben ist der nächste bildschirm da war ich schon dran ok basketball denn ab ist platz mit windows 10 windows 10 da ist wirklich windows 10 drauf wie einfach da wirklich windows 10 drauf ist das wäre auch mal geil wenn ich mir mal einen pc mache dann mache ich mir vorne auch so ein creeper gesicht brauche bitte nicht hier hingehen wo nirgends er ist schon eins oben er ist jetzt am scheißhaushalt kann es sein dass du noch ein paar stockwerke dazugebaut hast ne tschüss werdet mich nie finden mal ein bisschen baden nach so ein paar wochen kann man auch mal baden ich werde dir jetzt so lange schlagen bis du schaden kriegst ich glaube das funktioniert nicht moment ihr müsst hier mal ganz kurz raus ok ich bin fertig lass mich ich krieg keinen schaden ja hätte ich schaffe das 5 und feieraspekt drauf dann würdest du schaden kriegen mit dem feieraspekt kassina tut mir leid dein abzug funktioniert nicht vielleicht solltest du den bereich dahinten malen ist ok ich spüle nachher nach ich kann nicht spülen aber ist echt voll cool cool im pool wow da kann sich sogar einsetzen ich bin in dir drin ich bin in dir drin verkannt leider nur in der finde ich ein bisschen schade schade ja wenn das so vier leute dann quasi wenn das so aus vier sitzen bestehen würde weißt du das wäre cool ja ist leider nicht so die einfachen jacuzzi hier ich will nicht in dir drin sein ich auch nicht wirklich oh hier oben hängt noch meine unterwäsche wirklich die will ich nicht sehen ich bin in dir ich bin in dir ich bin in dir was ich nicht erwartet hätte. Tizzle und Bits und sowas ist, glaube ich, leckanfälliger als DecoCraft sogar noch. Müsste man auch mal testen, ne? Ich meine, DecoCraft ist ja relativ leckanfällig. Oh, diese Spieluhr. Der hört einfach nicht auf. Ist halt einfach auch mega laut. Alles klar, der hört nicht auf. Ne. Ich hab's wieder abgebaut und der hört nicht auf. Entschüss, ich bin weg. Du musst einmal ein- und ausloggen, ey. Alter, ist das laut. Wenn ihr rauskommt, ist das weit genug weg, dass man es nicht mehr hört. Titel, die Todesspieluhr und die Todesfabrik. Okay, wartet, wartet, wartet mal. Dann können wir da die Folge absagen. Moment, Moment, Moment. Ich will die Cola von da drüben. Ich will die Fanta von da drüben, obwohl ich keine Fanta mag und keine Cola, aber mir egal. Ja. Wie, du magst keine super ungesund Getränke. Ja, ich mag kein Kunsthörter deswegen. Ah, okay. Dann muss ich immer Speiermann fangen. Okay. Ja, dann ist es besser. Wo ist das jetzt? Hilfe! Ich weiß nicht, wo das ist, Alter. Das ist... Warte, ich suche was, da war ich Beatskratten. Das ist cool hier. Braut mich grad irgendwer runter? Hä? Alter! Ihr Ratten, ey. Was heißt ihr? Ihr? Ich guck nur zu. Ich war's nicht. Ja. Ich chill hier am Strand. Flame Zone! Strand nennen kann. Grabstein ist kaputt. Nein. Ah, ich hab's gefunden. So. Passt auf. Nein, pass nicht auf. Schau dir auch nicht zu. Nein, nein. Natürlich nicht. Nein! Wer hat den Grabstein abgebaut? Das war... Das war eine Trophäe. Das war nicht keine Trophäe, das war meine Trophäe. Das war... Doch, den hab ich getötet. Ich hab Flame hier endlich mal vor meiner Haustür getötet. Ja, jetzt muss ich ihn nochmal töten. Du baust es einfach ab. Nee, darf ich nicht. Dafür musst du den pinken Schuh nehmen. Oh, das wär jetzt echt schön, wenn ich jetzt in Real Life bleibe. Ja, Leute. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir chillen hier den Rest des Tages noch. Tut ihr das auch. Aber messen nicht in Minecraft. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Tschüss!